Wer meinst du gewinnt die WM? Ich mag beide Teams, Frankreich und Argentinien sind sehr sehr gut und beide hätten es verdient zu gewinnen. Bist du ein Lichtschalter oder warum machst du mich so an? Oh, der war gut, sowas habe ich noch nie gehört. Du und dein Bruder sind ja Zwillinge und ich wollte fragen, ob ihr euch gut versteht oder nicht. Wir verstehen uns schon immer sehr sehr gut und sind schon immer beste Freunde. Den blauen Haken hättest du echt verdient. Danke, das wäre cool, wenn er mal kommen würde. Warte, ich ruf ihn mal. Yo, blauer Haken, komm mal her, bitte. Oh man, der scheint mich nicht zu hören. Meine Eltern sagen, dass du ein guter Junge bist. Das freut mich, danke. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich für deine Mutter. Danke, das ist wirklich so lieb, dass so viele von euch sich den Geburtstag meiner Mutter gemerkt haben, den 14.12. Für die, die es nicht wussten, dafür steht das 1-4-1-2. Kannst du mich grüßen, bitte, bitte, bitte. Yo, Leland Hirte, ich grüße dich. Sieht jemand mein Plus? Ist eben verschwunden. Keine Sorge, das ist verschwunden, es ist das Beste, was dir passieren konnte. Und jetzt kommt euer Geschenk, Leute. Es ist heiße Schokolade. Ist es bei euch auch gerade so unglaublich kalt? Und falls du jetzt noch was Nettes tun willst, dann kannst du jetzt gerne den Link öffnen, das würde mir sehr helfen. Danke. Danke.